servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit vier videos die ihr falls ihr sie nicht kennt unbedingt gesehen haben solltet meiner meinung nach weil sie etwas sind mit denen ich während bov aufgewachsen bin und die vor allem richtige nostalgie flashbacks geben und einfach zeigen was für geile sachen dieses spiel echt hervorbringen konnte wie gesagt ist eine persönliche zusammenstellung teilweise auch von spielern die man mal gehört oder gesehen haben sollte eventuell wenn man sich dafür interessiert einfach mal als kleiner vorschlag weil das teilweise echt videos sind weiß ich nicht die kenne ich teilweise schon wenn ich 12 10 10 jahre oder so wie lange ist das eine hier ja so in dem dreh und weiß nicht es gibt mir immer noch teilweise ja bei einem computerspiel gänsehaut das ist das zweite hier in der auswahl also freut euch schon mal drauf wenn ihr noch irgendwelche sonstigen vorschläge zu dem thema habt gerne in die kommentare und bei einigen videos beziehungsweise bei zweien muss ich den ton ausmachen da die musik da drauf liegen haben und ich nicht weiß ob die copyrighted ist und wenn doch und ich spiele es trotzdem ab kriege ich eine auf den sack und das will ich nicht und dementsprechend das erste video ist eigentlich eine ihr seht schon die videos sind teilweise etwas älter dementsprechend ist die qualität nicht die geilste aber in dem fall geht es stellvertretend um den spieler swifty wer ihn nicht kennt mittlerweile ist er doch schon muss man muss man so sagen ein etwas älterer wo w spieler und seit anfang an dabei seine hochzeiten hat er hinter sich vor allem kam er da über classic und so weiter zu tage und man kannte ihn vor allem deshalb weil er krieger gespielt hat und teilweise er war so ein bisschen würde ich vielleicht sagen der rex treu der damaligen zeit vor allem ich sag mal was damals irgendwie wenn man neu mit wo w kam irgendjemand hat dann mal das swifty one shot makro oder so erwähnt und thema war letzten ende swifty hat vor allem pvp gespielt mit seinem krieger und hat kombinationen aus weil die makros trinkets fähigkeiten abilities sonst was gespielt mit denen er teilweise gegner im bg auf absurdeste weise in ziemlich schneller zeit einfach wegrasiert hat und das ist jetzt so eine compilation davon wo immer davor gesagt wird was er macht und am ende sieht man das in feinsten pixelbrei nochmal aufgezeigt aber weiß nicht swifty war früher wenn man das spiel früher gespielt hatte echt echt irgendwie kult und hier zum beispiel dass er dreimal hintereinander schieb gebrochen hat mit leider sieht man nicht wo durch aber auf jeden fall ja gut jetzt sein mun aber auf jeden fall es sind echt lustige videos am besten finde ich die sachen wenn er irgendwo im bg ist und jemanden anschaut und ihn gefühlt in zwei sekunden einfach mal übers brett schickt hat schon einen gewissen charme und wie gesagt good old times das heißt nicht dass mir ww classic sonderlich gut gefallen hätte aber die swifty videos die waren damals schon die waren schon ziemlich kult muss ich sagen aber kommen wir zum nächsten video und das ist glaube ich mein absoluter favorit aller ww videos und zwar geht es um lich king hc 25 mann also endboss von wrath of the lich king in der eisgrund zitadelle 25 mann der first kill durch die damals finnische gilde paragon paragon ich fand paragon absolut geil ich hatte dann zwar auch kurz vorher selber erst angefangen mit dem spiel aber die hatten mehrere eulen die in den videos immer ziemlich gut rasiert haben und deswegen fand ich paragon ziemlich cool und weil sie weiß ich nicht du hattest sonst was hattest du damals in sie die ja und so weiter damals hat es auch noch ein paar bessere deutsche gilden wenn ich die hortlinge gab es damals affen jungs und so ein krams aber paragon die waren für eine zeit lang schon echt ziemlich unschlagbar bis sie sich dann irgendwann leider aufgelöst haben beziehungsweise erst als möglich war 10er 25er zu raiden mussten sie auf den 10er gehen weil eben nicht so viele finnische spieler danach kamen und dann haben sie irgendwann ganz aufgehört leider aber sie waren brutals gut und dieses lich king video überzeugt vor allem das ist jetzt auch total egal risk it dieses lich king video überzeugt überzeugt mich vor allem dadurch sie sind bzw der boss fight ist rum bei 10 prozent wir sehen sie sind bei 17 prozent es leben noch alle aber sie sie kommen gleich in den enrage timer rein und dann die konversation ähm der leute verstehst sie zwar nicht weil sie finne sprechen aber es wird dann immer eingeblendet was sie da gerade sagen und für mich legendär ist dieses ähm was dann reingebrüllt wird usutanta usutanta da soll ein tank abspotten um den boss zu kiten halt dass sie ihn im enrage haben so jetzt kill it for fuck sake so jetzt werden sie aber nochmal reingezogen in die zwischenphase und wenn sie da rauskommt geht der boss direkt enrage also es ist fucking close so ich liebe es da kriegst du direkt wieder ja wirst du bock ich es fuck wenn du das siehst so gleich geht's los überlasse euch mal mit dem kommentar und den nerd screams dann hier scheinbar war es ein hunter und jetzt enrage ich finde es so gut ich finde es so gut wie sie sich wie sie sich einfach freuen und diese nerd screams hinten raus ist ist der hammer ich liebe es ähm immer wieder einfach ich glaube das ist auch mein lieblings kill video von allen bossen es gibt bei anderen boss kills auch neueren auch noch ziemlich nice nerd screams aber das ist schon weiß nicht mit dieser ganzen dramatik dabei und du verstehst sie nicht und so es ist schon ziemlich cool kommen wir zum nächsten video was mittlerweile leider eher ein bisschen traurigeren hintergrund hat falls ihr noch was heißt noch wer ihn kennt rackfull ursprünglich bekannt geworden durch wo w ein extremst guter schurke zu zahlreichen früheren seasons der dann irgendwann aber auch mal von blizzard gebannt wurde und dann nicht gespielt hatte und dann war er dann doch wieder mal dabei und dann hat er mal hearthstone und was weiß ich noch gespielt und ja es endete leider dabei dass er halt auch unter depressionen litt und sich selbst umgebracht hat hat er jetzt auch ein npc der ihn letzten endes ehrt im spiel und es gibt mehrere compilation videos die heißen rackfull 1 bis wenn ich gab es mehr als 3 4 5 auf jeden fall es waren mehrere videos und er schreibt halt einfach immer nur dabei das wird immer hier dann eingeblendet was er in der situation gemacht hat weil als normaler spiel so wie ich zum beispiel auch der sich im pvp nicht auskennen habe ich manchmal keine ahnung was da jetzt so besonders dran war was er dann gemacht hat aber wenn du dann teilweise liest dass er sich innerhalb von weiß ich nicht hier ist er zum beispiel fast low und ich glaube das war ein fall wo er dann trotzdem noch alleine fast das komplette team auseinander nimmt von den gegnern also der typ war mit dem was er gespielt hat einfach brutal gut und schurke war für mich auch immer so eine klasse da bin ich nie rangekommen ich glaube da bin ich auch zu useless für sowohl im pve als auch um pvp so da schreibt er jetzt war ja fast dead wurde ein bisschen hochgeheilt dann die rauchbombe wieder in stealth gegangen und jetzt kommt die nächste smokebomb da zerlegt er jetzt halt einfach mal den anderen schurken zack ist er dead und das sind dann halt alles so sachen so ein bisschen geht es in die richtigen wie bei den swifty videos aber ich glaube der typ war von allen leuten die ich so in sachen pvp damals mitbekommen habe somit ziemlich das beste was das spiel zu bieten hatte meiner meinung nach und ich mochte auch ihn als persönlichkeit er war zwar auch in seinen streams jetzt mit dem hintergrundwissen dann beziehungsweise hat er auch schon vorher öffentlich gemacht dass er psychische probleme hatte ja war nicht immer vielleicht der einfachste aber ich mochte seine art und er war halt ein echt guter spieler und meiner meinung nach auch ziemlicher verlust für die community deswegen an dieser stelle wer da lust drauf hat gerne noch mal angucken seine videos sind definitiv sehr 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 gutes gameplay und dann zum schluss kommen wir noch mal zu etwas auflockerungen das hatten wir schon mal in einem anderen video aber es ist einfach ein klassiker leeroy jenkins das sollte wirklich jeder kennen der ww spielt gibt es ja mittlerweile gibt es ja einen titel dafür und ein erfolg in der oberen schwarzfeld spitze letzten endes wird das jetzt nachgeahmt in dem erfolg müsst ihr beziehungsweise für den titel der wurde glaube ich noch mal verändert vorher musstet ihr eine gewisse anzahl an diesen welblingen in einer bestimmten zeit umprügeln und das ding ist halt einfach hier steht ein raid vor diesem raum wo ganz viele eier drin sind und welblinge und so weiter sie besprechen gerade ihre strategie letzten endes für den pool ist eine gilde und ihr seht der paladin leeroy ist afk er kriegt nicht mit was hier passiert und das ganze ende dann darin dass er die ganze gruppe bleibt und das können wir uns jetzt noch mal anschauen ist auf jeden fall eine ziemlich lustige geschichte ich glaube er müsste auch gleich wieder kommen ja ok jetzt habe ich zu weit geskippt so jetzt kommt jetzt kommt er wieder die qualität von audio und bild ist ist zwar weiterhin oder nicht gut gealtert sagen wir es mal so aber ich finde die tatsache einfach einfach so super lustig dass er da sitzt hört nicht zu und steht halt einfach straight auf sagt let's do this brüllt sein leeroy jenkins und pullt halt einfach mal alles und wipe die gruppe natürlich ist davon jetzt nichts schlimmes passiert außer ein wipe aber ich glaube das ist tatsächlich einer der bekanntesten wo w spieler noch mit hat ja auch eine karte zum beispiel in hearthstone bekommen und so weiter und so fort also das sollte man auch auf jeden fall gesehen haben in diesem sinne dann danke fürs zusehen schreibt mir wie gesagt gerne in die kommentare welche videos eurer meinung nach da noch mit auf die liste kommen wenn euch das ganze gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da aktiviert die glocke und damit bis zum nächsten video reingehauen und x x x x Untertitelung des ZDF, 2020